Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über eine echte Freundschaft sprechen. Über eine echte Freundschaft, die nicht nur dann ist, wo alles gut ist oder vielleicht wo man Schwierigkeiten miteinander auch durchgelebt hat und doch also nahe geblieben ist, vielleicht miteinander gebetet hat in schwierigen Situationen oder etwas Wunderbares erlebt. Freunde, das ist ein wunderbares Geschenk Gottes. Aber Freunde sind auch dann wichtig, wenn sie dir sagen können, wo du falsch was getan hast. Und dazu lese ich eine interessante Geschichte aus 2. Samuel über David, wo er auch gesündigt hat. Ja, er hat mal gesündigt und hat schwer gesündigt. Ja, es ging mit dieser Frau, die schon verheiratet war, dann wo es also klar wurde, dass sie ein Kind gebären wurde, dann hat er sich bemüht auch von dem Mann loszuwerden, letztendlich hat er ihn mit anderen Händen getötet. Und es war etwas Schreckliches für diesen guten Mann David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der eigentlich, wo wir lesen seine Psalme, wo wir lesen sein Leben, wir bewundern ihn und doch ist es so geworden, dass in diesem Fall hat er also hart gesündigt. Und dann interessant, sein Freund, der war dann Prophet, Nathan, der hat sich überlegt, wie kann ich ihm das sagen? Das haben wahrscheinlich auch andere gesehen in jenem Reich Israel, ja. Und aber keiner hat es vielleicht so gewagt, aber Nathan war sein Freund. Er war ein Prophet Gottes, er wusste, was das ist, was bedeutet das für den David, auch für das Land. Und dann kam er zu ihm und er hat eine Geschichte erfunden und sie ihm auch so erzählt. Ich lese mal diese Geschichte von 2. Samuel 12, 1 bis 5. Der Herr sandte den Prophet Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm, ich musste etwas erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebte in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme besaß aber nichts außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Er durfte sogar auf seinem Teller essen und auf seinem Becher trinken. Und nachts schlief es in seinen Armen. Er war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam aber der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zum Essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eine seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er den Armen, sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So weit er her lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Ja, so eine interessante und aber harte Geschichte, ja. Und Nathan, der gut David konnte, der wusste, wie David auch Schafe liebte. Er war ein Schafhirter in seiner Jugend und er konnte die Schafe bewahren, behüten. Er hat mal sein Leben riskiert, hat mit einem Löwe oder mit einem Bär gekämpft für seine Schafe. Und jetzt irgendwie sieht er diese Situation, wo einer einen Schäfle hat, der er so liebt. Und es wird ihm weggenommen von einem anderen reichen Mann, der eigentlich viel Schafe hat. Und es hat ihn so bewogen und er zergrimmte ihn sich und sagte, dieser Mann ist des Todes schuldig. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann. Oh, das war eine schreckliche Nachricht. Und dann sagte er ihm, weil er halt so, als er gehandelt hat, weil er letztendlich auch mit dieser Frau das Verhältnis angefangen hat. Und zweitens dann ihren Mann auch zum Tode, als er gebracht hat. Ja, das war unmöglich, darf man nicht. Du bist doch kein König. Schau mal, was, was, was da ist, ja. Ja, und David, der zerbrach in sich selber. Er sah es, er stand, was er gemacht hat. Und dann bat er auch um Vergebung. Und im dritten Vers vom 10. Kapitel heißt es, der bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Ja, das Kind musste sterben, das dann geboren ist. Da sind noch viele Sachen im Leben von David auch deswegen schiefgegangen. Aber interessanterweise, Gott hat ihm vergeben. Und er sah, es war nicht nur gegen Menschen eine Sünde, aber auch gegen Gott. Der Grund war aber, dass sein Freund kam zu ihm. Und der Freund konnte so einpacken, diese ganze Geschichte, dass David sie verstanden hat. Dass David verstanden hat, dass er so böse gehandelt hat. Dass er so gesündigt hat gegen Gott, gegen Menschen. Und dann bittet er um Vergebung. Er lag und hat mit Asche seinen Kopf bestreut. Er war wirklich, es hat ihn so sehr mitgenommen, wie er das nicht gemerkt hat. Wo er wirklich sagen sollte, nein, das darf ich nicht machen. Aber er hat es getan. Und was soll dann passieren, wenn bei Menschen so etwas passiert ist. Und er hat wirklich auch so hart gesündigt. Dann gibt es eine Möglichkeit, wenn man selber es nicht sieht, dann kommt zu dir dein Freund. Und dein Freund, der überlegt sich wirklich, wie er das dir sagt. Nicht einfach auf den Kopf hinschlagen, aber vielleicht überlegen und sagen, so wird David verstehen meine Rede. Und dann bringt er es und sagt es so. Und David hört zu. Und er nimmt es an. Und deshalb reut er ihn. Er weint. Er muss wirklich darüber nachdenken, was er getan hat. Und dann kommt zu Gott und bittet um Vergebung. Und der Tende, Gott vergibt ihm. Er muss aber tragen auch das, was passiert ist durch diesen Vorfall. Es ist nicht alles so gleich so sauber geworden. Ja, Gott hat ihm vergeben. Aber er musste auch dann das tragen, was dadurch verursacht wurde. Mir und so geben solche Freunde, die uns sagen, dass wir dadurch besser werden, dass wir bei Gott um Vergebung bitten und dass er uns weiterführt und wir seine liebe Kinder bleiben. Amen. 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 Amen.